Ich bin Philipp Hager von Griechenland. Ich bin 20 Jahre alt und bin schon für dieses Jahr für die Europen-Mannschaft qualifiziert, für die junge Reiter. Und die Turniere wie die European Youngster Cup sind perfekt für mich, um zu vorbereiten, denn ich kann hier die Konkurrenz sehen, die zum Teil auch auf der Euro reitet. Und das ist insgesamt eine sehr gute Veranstaltung. Vielen Dank.